Und damit herzlich willkommen zurück bei Gossip. Lang, lang ist's her. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir alles eigentlich machen wollten. Erstmal gucken, was seh ich gerade? Was seh ich, was seh ich, was seh ich, was seh ich? Haben wir das schon fertig? Ach da, ja, ha. Disvertrauen. Okay. Äh, so müssen wir in die alte Mine. Gut, das können wir natürlich tun. So, jetzt noch mal was Wichtiges. Es gab ja seit langer Zeit noch keine Folge mehr. Etwas mehr als ein Jahr. Ja, und da wollte ich mich nochmal für entschuldigen. Deswegen sterben wir jetzt auch gleich. Ach, das müsste ich echt überlegen. Verflucht. Ach, so. So. Haben wir Bolzen? Haben wir Bolzen? Das sind Pfeile. Verflucht. Was ist jetzt hier passiert? Können wir den anlocken? Komm. Na? Was ist, du kleiner Vogel? Na, komm her. Ich seh genau, was du vorerst. Komm. Hey, ich hab das ja voll die, voll die Gefahr, ey. Ist ja nix. So. Hätten wir das auch schon mal. Ich weiß, ich muss ja noch einsammeln. So, Drehbord um. Sammeln uns mal das. Sammeln uns mal. Sammeln mal den anderen, das Fleisch von diesem Scavenger ein. So. Dann sammeln wir den ganzen scheiß Hüllenpilze hier noch ein. So. Ja, ich musste erst mal schauen. So, ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren, was wir schon gemacht haben. Es ist ja Ewigkeiten her. Da ist ein Wolf. Da ist ein... Ich fange einfach wieder mit A an. Mit 1 fange ich einfach wieder an. So, fertig. So. Wir haben keine... Was sind das? Zwei? Das ist nur einer. Ich wollte es keine Ahnung über den schaffen. Wir versuchen es einfach mal. Ich lebe noch? Ich bin nicht tot? Der hat mich gegen K.O. geschlagen? Wie geil. Hey, friss mich nicht. Warte auf. Da, ich steh wieder auf. Wie geil. Wie geil ist das denn? Fakt ist, hier brauchen wir einen Bolzen oder einen Bogen. Hui. Da warst du noch ein bisschen Fleisch, ey. Das werden wir also noch nicht schaffen. Na ja. So. Futteren wir mal weiter. Wer wollte? Ich meine da... Ich muss das Spiel erst mal wieder anlegen. Sonst wird es vielleicht ziemlich blöd. Die könnten wir wiederum packen. Die könnten wir schaffen. Dann mal vorwärts. Ah, einzeln kein Problem. Okay. Wie viel EP gab die? 70 meine ich, ne? So. Wir könnten auch hier lang gehen, aber eigentlich wollte ich hier den Strand langsam aufräumen. Weil wir sind Level. Lass mich lügen. Warte, das ist M. L. L ist auch falsch. J. M. N. B. B. Aha. B. Also. Das ist Stufe 3. Und gültig keine. Okay. Wir müssen unbedingt ein Händer noch perfektionieren. Brauchen wir jetzt 20 Landpunkte für. Wir haben 5. Können wir aber in die Stärke investieren. Ah, Stärke haben wir fast gar nichts. Wenn du ein bisschen Bolzen kaufen. Du bist auch alleine. Dich können wir auch packen. Gut. Die haben wir auch geschafft. Ich werde was essen. So. Ich springe einfach mal hier rüber. Ähm. 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 Ah. Okay. Ja. Das wunderbare Schwimmsystem in... Ja. Wie immer ein Traum. Haben wir die schon weggeholt? Ja, haben wir schon. Das ist dann natürlich super. So. Wir laufen mal hier lang. Schneller, schneller. Da sind nämlich noch fliegen. Und da ist noch ein Grabenkraut. Speichern wir nochmal. Ich habe jetzt... Habe ich jetzt ohne da was Einsuchung gespeichert? Ähm. Ja. So. Also, weil eine schaffen wir auf jeden Fall. Zwei dürften wir nicht auch packen. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Wunderbar. Wieder 140 EP von uns. Lass mir da was futtern. Tja. Das ist das einzig Schade an Gothic 1. Es gibt keine... Keine... Shortcuts. Keine Actionleiste da unten. Es gibt nur... Ja. Nur... Ja. Glück hier. Du musst wirklich was... Es gibt keine Hilfe. So. Dir erklärt niemand was. Außer die... Alter. Ui. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das war nicht schlecht. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Müssen wir knacken. Ach, schade. So. Speichern wir nochmal. Und dann wollen wir es mal versuchen. Fuck. Fuck. Oh, jetzt schon kein Dietrich mehr. Leute. Okay, also da müssen wir aber noch ein bisschen... warten, bis wir die knacken können. Schade. Na gut, wir können es natürlich erst probieren, aber... Hm. Leider, weil mir bewegt sich. So. Ist die einfacher. Also rechts. Rechts. Links. Wow. Diedrich. Diedrich. Yay. Ui. Nicht schlecht. Da direkt mal speichern. So. Wir essen gleich nochmal was. Ach, wieder so viel Fleisch, ey. Das ist auch gut. Ich muss noch unbedingt lernen, wie man Wölfe häutet. So, das ist jetzt rechts. Nein. Links. Nein. Ach, scheiße. Verscheiße. Verscheiße. Ja. So, links, links war das, meine ich. Jetzt müssen wir das jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Und wie wir das dann hier machen. Also links, links. Links. Nee. Links. Rechts. Rechts. Pfeile. Facke und Riedriche. Ja, gut. Und Bier und so ein Scheiß. Aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall ist das gut. Haben wir erstmal wieder was. So. Die haben wir schon geholt. Jetzt versuchen wir uns ein bisschen schneller zu bewegen. Wir heilen uns mal schnell. Ich glaube, bevor wir in die Mine gehen, ne. Okay, wir müssen da ja eigentlich nicht kämpfen, ne. Wir könnten natürlich auch einfach hier bleiben. Und uns hier noch ein bisschen rumkämpfen, ein paar Scavenger töten. Und hier ein paar Quests erledigen. Hm. Das könnten wir natürlich auch machen. Ach man, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Haben wir hier irgendeine Quest hier momentan? Hat der Trigger vielleicht auch noch in das Lager? Neu ist hier ein Purschofvertrauen. Und verschwundener Gattest. Ah, okay. Wir müssen die noch abgeben. Ich weiß es nicht. Warte, wie viel sind wir denn da? Bei verschwundener Gattest. Ah, okay. Dann weiß ich, was wir jetzt tun. Leute, dann weiß ich es. Erstmal Lende fünf Punkte stärker. Was kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du... Wir wollen Stärke fünf Punkte lernen. Vielen Dank. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Mach's gut. Haben wir uns das auch mal angehört? Dann weiß ich, was wir als nächstes machen. Er kloppt da immer noch an seiner Hütte. Jetzt werden wir mal geschickt umgehen. Wir alle kennen diesen Charakter. Und wenn nicht, dann wollen wir den auch gar nicht kennenlernen. Diese Penner gerade vor uns. Ach, Mann, oh. Naja, egal. Jetzt müssen wir kurz mit Sketti reden. Ich will nämlich wissen, was ein Handschwerter Stufe 2 kostet. Drehst du auch Kämpfer? Drehst du auch Kämpfer? Drehst du auch Kämpfer schon. 150 Gold, 20. Das könnten wir erreichen. Das sind nur 4 Stufen. Ne, 2, ne? 10 bekommen wir noch. 2 Stufen sind das nur. Dann wären wir sowieso Level 5. 5 müssten wir eh erreichen. Nun gut. Ich weiß auch nämlich schon, wo der Gardist hin ist. Das können wir diese Folge nämlich nochmal fertig machen. So. Haben wir die ganzen Pilze schon weggeholt. So. Da ist doch schon die Höhle. Stimmt, wir müssen die Quäste noch abgeben. Hier waren wir doch schon oder nicht? Haben wir das nicht mit Mordred gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Wenn er die älteren Folgen gesehen hat, dann... Ja. Dann kann er sich jetzt aufregen, warum ich das vergessen habe. Nach einem Jahr. So. Laufen wir mal weiter. Da oben haben wir bestimmt auch schon. Oder? Hätte ich wetten, wenn wir das wieder schon waren. Stimmt, wir haben ja auch schon die Armbrust von ihm geklaut. Stimmt, das haben wir ja auch schon gemacht. Wir könnten hier in den Wald nochmal reingehen. Aber wenn sie einen Patch... Wenn es irgendwie einen Patch dafür geben würde, dass die Grafik hier hübscher wäre, ne? Das wäre der Wahnsinn, echt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!